Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Staum-Tisch zu unserem dritten Recap zu The Last of Us, in dem wir, Überraschung, die dritte Folge der Serie besprechen, die ihr in Deutschland auf Sky bzw. Wow sehen könnt. Folge 3 trägt in Deutschland den Titel Liebe mich, wie ich es will. Dauert 72 Minuten, Regie führte Peter Hall, der hat zuvor im Serienbereich viel gemacht, unter anderem Episoden von Daredevil oder Doctor Who inszeniert. Das Drehbuch schrieb Craig Mason und nicht am Drehbuch beteiligt war einmal der Dominik. Hallo Dominik. Ja, wäre ich aber gerne. Einen Abend. Und für die Storyboards hat sich nicht gekümmert der Sven. Hallo Sven. Hola Compadres. Wunderbar. Ja, die dritte Folge ist da und sie fängt, glaube ich, gleich so an, dass viele da draußen schockiert waren. Denn ich habe seit Start der Serie eine Sache immer wieder gehört. Meine Fresse, die Cold Opens sind toll, sind super, sind interessant und jetzt kommt diese motherfucking dritte Folge daher und hat keins. Ja. Und die Welt geht unter. Sven, was sagst du dazu? Ich war auch sehr schockiert. Ich habe mich so gefreut auf diese Cold Opener, weil ich die richtig gut fand und habe am Sonntag die Folge geguckt und dachte, Hä? Kein Opener? Okay, es geht klar los. Na dann? Und dabei hätte man sowas Schönes machen können. Vielleicht so eine pervertierte Version eines Werbespots für Frühstücksflocken oder sowas, ne? Oder Pilze. Oder Pilze, genau. Ja, ähm, ich habe halt die Serie Forbes schon sehen können, deswegen wusste ich, dass kein Cold Open mehr kam und ich muss auch sagen, ich fand diesen Hype um diese Cold Opens auch ein bisschen seltsam, weil ich sie auch gut fand, aber es ist ja nicht die erste Serie, die Cold Opens hat und ich fand es schön auch zu beobachten, dass jetzt sehr viele davon ausgegangen sind, nach zwei Folgen, dass es jetzt so ein Standard ist für die Serie. Mhm, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, ich muss allerdings sagen, dass der Teil mit Ellie und Joel, der hätte von mir aus eigentlich das Cold Open sein können, also fuck it, selbst wenn irgendwie nach 15 Minuten erst das Intro gekommen wäre, das hätte gepasst oder aber man hätte den Teil, den wir dann jetzt hier zu Gesicht bekommen, vielleicht sogar komplett weglassen können, aber ich nehme an, das ist dann auch so ein bisschen den Sehgewohnheiten der Leute geschuldet. The Last of Us fängt an und, oh, wo sind Ellie und Joel, ne? So was traut man sich wohl heute anscheinend nicht mehr. Dazu, ja, würde ich sagen, tauchen wir jetzt einfach mal direkt ein, äh, in die eigentliche Handlung und sie spielt, ja, kurz nach den Ereignissen, äh, der zweiten Folge, wir erinnern uns, Tess hat sich geopfert, ähm, für Joel, war auch sowieso die Methode geweiht, weil sie gebissen wurde. Mittlerweile haben es, äh, nicht Tess, sondern Ellie und Joel geschafft, 16 Kilometer von Boston wegzukommen. Wir sehen Joel, wie er einen Steinturm baut, in einem, an einem Bach, also er trauert, so habe ich es zumindest interpretiert. Ja. Und dann kam eine Szene, die ich ganz interessant fand, weil ich tatsächlich, ähm, drei Stunden, bevor ich diese Folge gesehen habe, noch ein bisschen Last of Us gespielt habe, das ist die Remaster-Fassung der PS4. Mhm. Und da gab es auch die Szene, in der Ellie zum ersten Mal im Wald ist. Ah. Ich muss aber sagen, dass das Spiel das besser gemacht hat, weil im Spiel betrittst du dann wirklich diesen Wald und der ist bunt, der ist grün, der ist, der, der wirkt lebendig und hier sieht das halt einfach aus wie. Wald. Ja, bei uns die, 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 die Voreifel. Ja. Aber da kann sich Ellie ja auch schon dran erfreuen als kompletten Neue im Wald-Game, ne, also. Ja. Auch ganz ehrlich, ich glaube, meine Mutter würde sich wünschen, dass ich als Kind so reagiert hätte, wenn es heiß kommt, wir gehen in den Wald. Ja, aber ich meine, so wie sie ihre Hand in den, in den Fluss auch taucht, das war schon okay, fand ich. Also. Das ist ja Joel, das ist ja Joel, der hat ja seine, seine Hand da, äh, die ist doch immer noch von dem Faustschlag. Ach so, stimmt. Ja, ja, ja. Auf den Soldaten da verletzt. Verzeihung, verzeihung. Ja. Ja, und dann kehrt, ähm, Joel zu Ellie zurück und hier war so das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier sehen wir ein bisschen eine kleine Fürsorglichkeit von Joel. Mhm. Denn, ähm, er gibt ihr was zu essen und bietet ihr auch die Jacke an. Äh, diese Fürsorglichkeit wird dann aber von Ellie relativ rasch wieder so ein bisschen im Keim erstickt, weil sie halt ganz klar dann ihm sagt, hör mal, es tut mir leid, was mit Tess passiert ist, aber es war nicht meine Schuld. Also sie geht in die Defensive. Mhm. Und so sind das irgendwie zwei Parteien, die schon irgendwie, glaube ich, sich wünschen, dass man miteinander besser umgehen kann oder sich verträgt, aber es will noch nicht so richtig klappen. Aber ich glaube, da sieht man schon in dieser ersten kurzen Szene im Wald, da wird der Samen gesät für später, schon mal. Äh, für mich kam in der Szene vor allem durch, äh, dass die sich wohl eine ganze Zeit lang jetzt, nachdem das mit Tess passiert ist, äh, wahrscheinlich angeschwiegen haben. Also so wirkte das auf mich, als er dann zurückkam, dass sie irgendwie nicht wirklich im Wort reden, er schmeißt ihr da wortlos, äh, äh, Nahrung vor die Füße und dann fängt sie irgendwie an und er will aber nichts hören. Deswegen, also da hast du das Gefühl, dass die, also wirklich, ja, seit Tess Tod nicht mehr großartig Worte gewechselt haben. Wirkte auf mich jedenfalls so. Ja. Ja, ich glaube, Joel hat. Es wird ja, glaube ich, nicht, es wird ja, glaube ich, nicht gesagt, wie lange sie jetzt schon seit Tess Tod unterwegs sind, ne? Wir sehen am Anfang diese Einblendung, dass sie jetzt 16 Kilometer östlich von Boston sind. Genau. Aber wie lange sie jetzt wirklich vermutlich schweigen, das, glaube ich, nämlich auch unterwegs waren, das, das, äh, offenbart uns die Serie nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da dieses Gespräch auch deswegen zustande kam, jetzt im Wald, weil halt eben stundenlang nichts gesagt worden ist. Ja. Ja. Genau. Und ich denke, bei Joel ist es halt einfach sein, sein Schutzreflex, dass er halt auch wegen Sarah oder halt einfach sagt, okay, es ist eine harte Welt, ich trauere um nichts mehr, weil das tut mir weh, das macht mich schwach und wir schweigen es besser tot. Gut. Ich meine, es heißt ja immer, jeder trauert auf seine Weise und ich muss sagen, ich konnte bei ihm so ein bisschen, also ich meine, es gibt ja diese berühmt-berüchtigten Phasen der Trauer und, äh, die zweite Stufe, also die erste ist ja erst irgendwie leugnen und die zweite ist dann, dass man, also wenn ich das jetzt, äh, so richtig auf die Kette bekomme, äh, die zweite ist ja, äh, dass man irgendwie Schuldige sucht oder sowas, ne? Oder irgendeinen Grund, was weiß ich und, äh. Nee, 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 ich verwechsel dich das ein bisschen. Ja? Da geht's um, ja, ja, da geht, also die Phasen der Trauer, schon klar, aber die Phasen der Trauer müssen nicht nach dem vorgegebenen Schema ablaufen, sondern die ... Nee, das nicht, aber das sah ich da so ein bisschen drin. Also auch, wo sie dann sagt, äh, oder vielleicht hat sie auch das Gefühl, äh, äh, dass er sowas in die Richtung denkt, also sie sagt ja von wegen, gib mir nicht die Schuld für etwas, für das ich absolut nichts kann, ne? Ja? Und damit hat sie ja auch recht. Sie sagt das natürlich auf ihre eigene Art, also sie ist ja wirklich so ein bisschen ... Die ist schon sehr ruppig, ne? Und irgendwie auch nicht so ... Also so ein Kind von Traurigkeit ist die wirklich nicht. Ich mein, die babbelt da so vor sich hin teilweise und, äh, sonderlich feinfühlig ist das nicht, aber, ja, äh, es spricht auf jeden Fall für sie, dass sie zuerst einen Schritt auf ihn zugeht, ne? Ja. Ähm, ich find's halt auch sehr interessant, was danach passiert. Sie brechen halt eben auf und, äh, ich glaub, es wird gesagt, sie brauchen noch ungefähr fünf Stunden, bis sie dann am Ziel sind. Mhm. Und während dieses Marsch ist, gibt es dann, ja, so eine, so ein Dialoge, wo man halt auch immer noch merkt, sie ist halt immer noch ein Kind und vor allem sie weiß nicht wirklich, was draußen vor sich geht, weil, ähm, sie fragt ihn halt eben aus und, äh, erfährt dann halt nochmal so ein bisschen, dass Menschen eigentlich gefährlicher sind als Infizierte. Mhm. Ähm, und find's auch total faszinierend, dass Joel schon mal angeschossen worden ist. Joel hingegen weiß, das klingt jetzt nicht so, also, es klingt geiler, als es ist. Und da merkt man halt immer wieder, dass Ellie halt schon, ich mein, sie ist ein Teenagerin und auch gerne und gut darin ist, so zu tun, als, als würde sie verstehen, wie die Welt funktioniert, aber de facto tut sie's eben nicht. Mhm. Das würde ja vermutlich irgendwann nochmal zum Verhängnis werden. Ja, äh, sie versucht natürlich auch so ein bisschen auf, auf cool und lässig zu machen, ne, vielleicht ist das sogar fast ein bisschen, äh, ja, ähm, eine gewisse Anpassung, hatte ich den Eindruck. Ähm, wie sie ihn dann ja auch fragt, davon wegen so, ja, du bist ja wohl irgendwie ein scheiß Schütze und so. Also, das, äh, das fand ich aber auch sehr toll, dass da wieder aufgezeigt wird, dass Joel bei weitem nicht perfekt ist. Ich mein, wir haben ja in der zweiten Folge gesehen, dass der wirklich, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, da irgendwie Leute abballert, aber dass der halt auch nicht, also, der ist jetzt kein Meisterschütze, hab ich den Eindruck, ne. Das gefällt mir, es hat Ecken und Kanten. Es erinnert mich an mich selbst, wie gesagt, ich spiele das Spiel gerade und ich bin auch kein Meisterschütze, glaub mir, ich bin schon so oft gestorben, weil ich dachte, den krieg ich und dann, boom, ah ne. Ja, ich, aber das könnte nicht hin. Ich hätte, ich hätte zu gerne, du hast doch in der zweiten Folge, hast du doch erzählt, dass, äh, dass du, äh, froh warst, dass sie diese Flucht nicht so gezeigt haben, wie du sie gespielt hast. Das stimmt, das stimmt. Dann wäre diese Folge sehr, sehr lang gewesen, Joel wäre mehrfach reanimiert worden und, äh, es wäre, es wären viele Leute tot gewesen. Übrigens, Breaking News, ich habe sie gestern Abend auch gespielt, denn ich spiele jetzt The Last of, The Last of Us Remastered auf dem PC. Oh. Über Playstation Plus. Ja, Hashtag No Add. Hashtag Please Add. Gibt uns coole. Nee, und, äh, also ich, 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 ich habe mich dann halt daran erinnert, was du letzte Woche erzählt hast und dachte ich mir so, ja, also das ist aber ziemlich glatt gelaufen in der Serie, weil hier, holy fuck, was ist denn hier los? Ja, aber, äh, ja, bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich bin auch schon ein bisschen weiter, aber, ja gut, da kommen wir später zu. Joel und Ellie haben dann, äh, ich glaube, ihren Zielort erreicht, wenn ich es richtig verstanden habe, ein, ein Geschäft, wo Joel halt, äh, etwas gelagert hat. Er erklärt dann Ellie, dass er halt ihm mit seinen Schmugglergefährten halt immer so Verstecke hat, wo man irgendwas verstaut, falls es man mal braucht, ein Geheimlager. Mhm. Und leider, äh, weiß er ungefähr, wo es ist, aber, äh, muss es halt noch suchen und die Zeit nutzt halt Ellie, um, ja, die Lokalität ein bisschen zu erforschen. Äh, übrigens, ja, ja, Entschuldigung, ähm, übrigens, äh, ein Running Gag schleicht sich, äh, seit Folge zwei wirklich durch Ellie, oder nee, seit Folge eins eigentlich schon, Ellie will unbedingt eine Waffe. Ja. Ne, also, wirklich immer wieder bettelt sie Joel an, oder macht Andeutungen, oder spekuliert drauf, oder sonst was, und, ja, ich find das sehr amüsant. Aber einem Menschen, der so fasziniert bei einem Mortal Kombat-Automaten steht, sollte man keine Waffe in die Hand geben, meine Meinung nach. Stimmt, und der auch noch so fasziniert über so ein Spiel redet, ja. Wer jetzt aber glaubt, dass das das Einzige ist, was Ellie fasziniert, nein, denn jetzt kommt eine Szene, die ich wirklich ziemlich creepy fand, nämlich, äh, während Joel da weiter, dem Geheimlager sucht, äh, ja, durchsucht Ellie halt die Örtlichkeit und findet einen verschütteten Infizierten. Und das fand ich, also, ich kann die Neugier schon irgendwie verstehen, aber, also, zur Kurzerklärung, der oder die Infizierte ist halt wirklich festgeklemmt, untergerüllt, äh, kommt da auch nicht raus. Und wir sehen das Gesicht, und das Gesicht mustert Ellie genau, und dann nimmt Ellie halt ihrem Springmesser, und, ja, es ist ganz seltsam. Also, Sven, wie hast du das gesehen, diese Szene? Ja, ich hab die Szene so gesehen, jetzt nicht, dass er drauf aus war, den Infizierten zu foltern, sondern, ob sie's übers Herz bringt, sie zu töten, oder denen Schaden zuzufügen, so hab ich's verstanden. Natürlich war da auch viel Neugier dabei, als sie den ersten Schnitt am Kopf gemacht hat, dachte ich noch, okay, jetzt wird's strange, aber ich glaub... Das sieht aus, ne? Ja. Aber ich glaub einfach, das ist, das ist wirklich, äh, natürlich eine große Portion Neugier, aber auch, würd ich es übers Herz bringen, auf Infizierte, Verwandelte zu schießen, oder die umzubringen, was sie ja auch im Endeffekt tut. Was ich, aber grad bei der Szene, kurz bevor sie in die Tanke gehen, schon gedacht hab, die laufen da so unbedarft durch die Gegend, wie als ob's ein Nationalpark sind. Ich mein, da können ja trotzdem, da können ja auch, äh, böse Gauner drin sein, ja, die grad momentan sich die Taschen vollstopfen, aber die schlappen da rein, da wird nicht mal geguckt, nicht mal vorgeschaut, was das so, ob da vielleicht doch irgendwelche, äh, Pilzranken draußen sind, oder sonst was, das fand ich ein bisschen, das hat mir so ein bisschen die, die Atmosphäre kaputt gemacht. Aber, äh, das passt ja auf der anderen Seite in ihren Charakter, ich mein, klar, die haben jetzt grade wirklich was, äh, Schlimmes hinter sich, grade eben erst, aber, äh, also, ich, ich finde, es deckt sich mit ihrem Verhalten und ihrer, ihrer kindischen Neugier. Also, die kann ja irgendwie auch nicht mal irgendwo still warten, sondern muss sich direkt so die Zeit vertreiben. Ne, ne, ich mein, jetzt nicht, weil sie in den Schacht runtergeklettert ist, das fand, das, das kann ich verstehen, sondern einfach, wenn sie die Gebäude betreten. Ach, okay. Da wird nicht mal, da wird nicht mal vorsondiert oder sonst irgendwas. Ich mein, klar, man muss jetzt nicht jedem Schwachsinn zeigen, aber in dem Moment finde ich das einfach, äh, jetzt für den Spannungsaufbau erst mal zu gucken, ist das Ding überhaupt sicher? Ja, das stimmt, das, ähm, also, da hätte man so viele Sachen machen können, dass zum Beispiel, dass sie einfach, bevor sie was betreten, einfach die Türenspalt aufmachen und gucken oder irgendwas reinwerfen, weil diese Klicker zum Beispiel auf Geräusche reagieren. Ja. Ähm, oder ob man mal ein bisschen so genauer hinguckt, sind da vielleicht irgendwelche Spuren, dass da gerade jemand drin ist oder so, denn es sind ja nicht die einzigen zwei Menschen, die da noch rumgeistern, äh, stimmt. Ähm, vor allem muss ich auch sagen, sie lassen da auch, äh, Potenzial halt liegen für Spannungsmomente, denn auch dieser Klicker, oder was, oder, ist es ein Klicker gewesen? Ein Runner, ja, ein Runner. Ein Runner. Nee, 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 der war ja schon verwandelt. Runners sind ja nicht verwandelt. Nee. Also, weil das Pilzgesicht, was eben unter dem Geräusche lag, das Pilzgesicht, ähm, da hätte man ja durchaus auch eine Spannungssequenz machen können, äh, weil man hört es ja plötzlich, dass da irgendwas ist und dann geht's ja einfach gucken und dann war's das auch schon. Und, äh, ja, finde ich, also, die Szene gefiel mir ganz gut mit dem Gesicht, sag ich mal, aber, ähm, spannungstechnisch, finde ich, haben sie da nicht so viel rausgeholt. Vor allen Dingen habe ich mir noch gedacht, Mensch, jetzt ist es Zeit, das Fungifon zu benutzen und deine Kumpels zu rufen. Das Fungifon. Wäre noch zum, oder das Pilznet oder sonst irgendwas. Ja. Also, weißt du, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist der Moment, wenn sie dann, dann hätte sie es halt krass machen müssen, ich schneide ihm den Arm, aber wobei, dann wäre es ja eh egal gewesen, der kann sich auch mit seinem Armstumpf connecten. Da hätten sie was draus machen können. Das, aber. Ja, aber, wie wir schon gesagt haben, sie machen da ja auch nicht draus viel, ne? Also, wir haben es jetzt in einer der Folgen halt vorgestellt, wie es funktioniert und es kommt vielleicht nochmal vor, aber man kann nicht sagen, dass sie das jetzt wirklich als eine echte Bedrohung oder Gefahr nutzen. Ich habe ja, ich habe jetzt ja auch schon gelesen, also, das können wir ja hier mal kurz erwähnen, zwischen den beiden Folgen ist ja nach dem immensen Erfolg der zweiten Episode, ist ja jetzt die zweite Staffel bestätigt von HBO, hat grünes Licht bekommen und da soll es anscheinend die Sporen geben. Äh, oder gibt es Gerüchte, dass, dass die möglich sein könnten? Also, da rücken sie dann vielleicht auch schon wieder von ab. Ist ein bisschen schade, du hast schon recht, du, dass sie da irgendwie, ja, den Weg nicht so ganz so konsequent gehen wollen, ne? Das ist. Ja, weil, weil alleine, weißt du, wenn du es etablierst, dass da, wo diese komischen Pilzdinger sind, könnten auch halt irgendwie dieses Netzwerk irgendwie sein. Ja. Dass du alleine keine Angst haben musst, weil dieses Vieh da unter Geröll verborgen ist, sondern dass du Angst haben musst, scheiße, bin ich hier irgendwo drauf getreten und in drei Minuten überrennen mich ja irgendwelche Runner oder Clicker, die laden, ne? Mhm. Äh, das ist, das ist schade. Schleicht sich so durch, ne? Also, auch schon in der zweiten Episode. Äh, ich muss aber sagen, ich mochte die Szene trotzdem. Ich hab auch gelesen, dass die ganz schön kritisiert worden ist, ähm, weil, dass Elli den halt irgendwie, äh, ja, relativ konsequent absticht und dann so, so bestens gelaunt irgendwie wieder rauskommt und den Eindruck hatte ich gar nicht und ich weiß nicht, also, ich, ich hab ja die Folge zweimal gesehen, einmal halt normal und dann für Notizen und, ähm, mir ist dann aufgefallen, dass, ähm, also, sie, sie hält dem nämlich so dieses Messer hin und dann macht und dann macht er so eine ganz leichte Kopfbewegung, war zumindest mein Eindruck und da hab ich mir dann gedacht, er hat sie eigentlich aufgefordert, ihn zu erlösen. Habt ihr das nicht gesehen? Nee, nee, tatsächlich nicht, aber, ähm, ich muss auch sagen, als sie dann rauskommt, ähm, und die Situation erledigt hat, sie sagt ja auch Joel gar nichts, dann ist sie halt wieder so, so cool. Aber das war jetzt kein, kein Ernstnehmen ist cool, das war so, ja, ich nenne es mal eine Art Schutzmechanismus, weil sie ist halt Teenagerin und ich glaube, dass Elli in einem Alter ist oder einfach in einer Phase ist, wo sie gar nicht möchte, dass die Leute sehen, dass sie auch mal Schwäche zeigen könnte. Mhm. Ist halt Teenager, ich mein, Sven hat eine Tochter, die ist ein Teenager-Alter, der wird wissen, was ich meine. Äh, Stichwort, Entschuldigung. Äh, Stichwort Teenager-Alter, äh, habt ihr verstanden, was sie da, sie hat doch da irgendeine Schachtel mitgenommen, da stand irgendwie Pearl oder sowas drauf, was, was war das? Keine Ahnung. Naja, äh, jedenfalls spekuliert sie dann ja schon wieder auf eine Waffe, weil Joel, äh, hat ja dann dieses Waffenlager da und lässt dann aber ein paar dort und, äh, äh, weil er meint irgendwie, äh, für die ist es schwer irgendwie draußen Munition zu finden. Mhm. Also ist es nutzlos und er meint dann, ja, wenn du sie doch eh hier lässt, ja, dann könntest du mir auch eine davon geben und er so, nein. Also da bleibt er konsequent hart, äh, der gibt er keine Knarre in die Hand. Ich hätte es übrigens sehr gefeiert, wenn sich Petro Pascal in der Szene so hoch munitioniert wie Arnold Schwarzenegger beim Turmkommandor. Ja, ja, oder wie in der einen Szene in Hot Fuzz vielleicht, ne, in dieser Montage am Ende. Das wäre geil, ja. Gut, verlassen wir mal die Tankstelle, ähm, jetzt kommt etwas, was würde ich bezeichnen als Exposition, ähm, zum einen erfahren wir halt, dass Joel kein Fan von Flugzeugen ist, wir sehen nämlich ein abgestocktes Flugzeugfrack, ähm, und da kommt wieder so ein bisschen Allys Fastenjahrzeug für die Vergangenheit auf. Ähm, ja, die kennt ja auch nichts. Viel, ja, viel interessanter ist dann aber schon, was Joel dann erzählt und zwar wird die Frage so ein bisschen beantwortet, woher kommt dieser Pilz, wie war es denn eigentlich als, äh, wie könnte es sein, dass die Welt quasi über Nacht zusammengebrochen ist? Und, äh, Sven, kurze Frage, weißt du noch, wo du am 26. äh, September 2003 gewesen bist? Ne. Ehrliche Antwort. Okay, das ist, das ist, das ist, das ist schade, weil laut The Last of Us, der TV-Serie, war das der Tag, an dem der Cordyceps-Pilz, äh, ja, seine volle Macht gezeigt hat. Ähm, ich hab jetzt schon von ein paar Leuten vernommen, dass sie es ganz toll finden, diese Art der Erklärung, ähm, ich bleib dabei, ich hätte es nicht gebraucht, ich finde, das ist, ehrlich gesagt, auch irgendwie für mich uninteressant, weil, äh, gerade das Unbekannte macht eine Sache, ey, ist richtig gruselig und ich finde, dass sie den Pilzen schon ein bisschen den Schrecken damit genommen haben, dieser Erklärung, wie es denn eventuell dazu gekommen ist. Wie seht ihr das? Ja, Sven, gerne. Ja, du, mich hat's nicht gestört, also ich dachte noch, ja, ich hätt's jetzt zwar auch nicht gebraucht, weil du kriegst ja so schon genug erklärt, aber, ja, das ist, ich, auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt auch viel, ganz viel Mutmaßung und, ja, aber bis ins Kleinste zu erklären, da hast du schon recht, das braucht man eigentlich nicht, das muss eigentlich nicht sein, das nimmt doch tatsächlich dann viel vom Schrecken, wenn du dann, ein bisschen Background okay, aber dann halt auch nicht zu viel, gerade so ein gesundes Mittelmaß wäre ganz gut. Wer weiß, wie stören tut es mich jetzt nicht und es ist natürlich in Verbindung mit den beiden Cold Opens, die wir bisher gesehen haben, nur konsequent, das so weiterzuführen. Und ich muss sagen, ich finde es auch für sich genommen ziemlich clever und auch stimmig durchdacht. Auf der anderen Seite, ja gut, ob man's jetzt so, das ist mir auch, ich mein, auch jetzt, wo ich das Spiel spiele, die Serie, die formuliert halt vieles doch sehr eindeutig aus, ne, und das hat sowohl Licht als auch Schatten. Ich bin da irgendwo so im, sagen wir mal, zwielicht, aber so wirklich stören tut's mich jetzt auch nicht. Was ich ganz nett fand, dass Ellie da irgendwie spekuliert, äh, dass ein Affe den ersten Menschen gebissen hätte. Da war ich so am überlegen, ist das, ist das eine kleine Anspielung auf sowas wie Braindead gewesen? Ne, Outbreak. Outbreak? Würde ich sagen, aber wobei, den kann sie gar nicht kennen, weil, ähm. Als ob sie Braindead kennen könnte. Braindead auch nicht. Ja, also, äh, Svens Tochter kennt ihr bestimmt. Outbreak oder Braindead? Beide. Double, Double Feature. Gibt's nur ein Double Feature. Ja, das glaub ich dir sofort. Ähm, ja, nee, es ist ja egal, ob sie das kennt oder nicht, aber, äh, ich weiß nicht, ich, also für mich wirkte es wie ein kleiner Verweis. Äh, ich glaub, in, Obhol in Braindead, was, ne Ratte, ne? Ja. Gerade ein Affe. Ja, ja, gerade ein Affe. Da fand ich, da fand ich den Verweis schon, der später in der Folge kommt, netter, als sie sich irgendwie mit Klopapier eindeckt. Aber gut, dazu kommen wir später. Ähm. Und dann, äh, wird noch mal ein bisschen, äh, klargemacht, dass das Militär wirklich nicht die Guten sind. Denn, äh, denn, äh, Ali und Joel kommen an ein Massengrab und, äh, Joel erklärt Ali dann, dass halt Leute in Quarantänezonen gebracht worden sind, kurz gesagt QZ. Und, äh, wenn diese QZs voll waren, wurden die Leute halt eben woanders hingebracht und dort halt exekutiert. Denn tote Leute sind besser als infizierte Leute. Ähm, ist hart und macht nochmal deutlich, dass es anscheinend in der Welt von Last of Us wirklich keine richtigen Guten gibt. Ja, ist halt wirklich so die, der langsame Verfall einfach von, äh, von, äh, jeglicher Moral, ne. Das hat ja schon wirklich was so vom wilden Westen. Ähm, und, äh, die Serie, die hat ja auch immer mal so ganz leichtes Western-Flair, ne. Und wenn's nur die Musik ist, äh, boah, fand ich wirklich ne fiese Szene. Also, ich mein, da werden Kinderleichen und Skelette angedeutet. Zwar nur so im Anriss, aber das reichte schon. Ähm, ja, ging, ging mir durch Mark und Bein. Also, das war, also, auch, ne, dass, dass man halt wirklich in den QZs, dass man da keine Risiken eingeht. Und, äh, Leute, die nicht, die nicht mehr ins Boot passen, sozusagen, das Boot ist voll, äh, ja, werden exekutiert, ne. Ja, das ist schon sehr schockierend, muss ich sagen. Och, ja. Ja. Also, ne, ich find, das... Für Sven ist das normaler Donnerstag. Richtig, das, das... Mit dem Raten-Afford. Donnerstag. Und, und, und Cordyceps Cornflakes. Du sagst was. Die guten... Ähm, nein. Zinnwies. Zinnwies. Natürlich auch, die sind eklig. Das ist genauso wie Fruit Loops. Ja, wirklich, die sind nicht. Das ist gut hier, ja. Ähm, wir kommen jetzt bitte vom Massengräber zur Fruit Loops. Ihr habt damit angefangen. Was, Sven? Ich hab Cine Minis gesagt. Du hast Cine Minis gesagt. Ich hab gesagt, die schmecken eklig, genauso wie Fruit Loops. Die schmecken auch schweißig. Jetzt, äh, jetzt, also. Ähm, ja, aber ich find, das... Aber gegen Cine Minis? Ich sag mal. Das kommt ja alles raus. Hashtag No-Ed. Ähm, aber auf, das ist, das ist auch so ein Punkt, wo ich's bei der Serie ganz, ganz gut find, dass sie einen Teil Realismus mit reinbringen, weil ich glaub wirklich, wenn das so außer Kontrolle gerät, dass es schon durchaus sein kann, dass so agiert wird. Dass sie sagen, okay, pass auf, jetzt, ne, ich mein, wenn, wenn, es gibt keine Regierung mehr, du hast nix, nix mehr, der irgendwie groß sagen hat, das Militär hat sagen und die sagen, wir grenzen das jetzt ein. Kriegsrecht, ne, Kriegsrecht ist in Kraft. Kriegsrecht, ja, wir bombardieren die Städte, wir machen Zonen, da braucht nur einer infiziert zu sein, du weißt nicht, wer schon gebissen ist, wer noch infiziert ist, alles klar, wir machen alle platt. Klingt krass, ist auch krass, ist auch menschenverachtend, aber in dem Moment, ähm, ne, nachvollziehbar ist es natürlich auch nicht, aber es klingt irgendwie so, wenigstens einen kleinen Punkt plausibel. Das ist aber auch was, was sich so durch den ganzen Stoff, äh, schleicht irgendwie, ob es jetzt die Serie ist oder, äh, das Spiel, dass du immer wieder vor wirklich harte moralische Entscheidungen gestellt wärst, also, ähm, ich, ich hab das ja gestern angefangen und ganz zu Beginn ist man ja da mit Joel und Tess irgendwie in, äh, so einem, so einem Kellergewölbe oder was auch immer mit Maske und da ist irgendwie einer eingeklemmt unter einem, einem Aktenschrank oder so und dessen Maske ist kaputt gegangen und, also wirklich, da war ich auch so, also ich, ich wollte ihn nicht erschießen oder, also, oder, ja, also das Spiel hat von mir verlangt, ihn zu erschießen, da hab ich ihn einfach halt liegen lassen und da wollte ich nochmal zurück und dann ging das leider nicht mehr. Das ist aber auch assi, weißt du, nochmal zurückgehen, jetzt kann ich ihn erschießen, weil jetzt hab ich keine moralische Bedenken. Alter, jetzt hab ich genug Munition. Nein, ich wollte, ich wollte, ich wollte gucken, ob es vielleicht irgendwo doch eine Möglichkeit gibt, den da rauszuholen, also das, ah, es hat mich, ja, doch wirklich. Du wolltest den Pilz zu deinem Freund machen? Also ich hab, ich hab das ganz einfach gemacht, ich habe gesagt, ich helfe dir, hab die Pistole genommen, einmal Kopfschuss und bin weitergegangen. Also direkt so aufgeholt, so getan, als würdest du ihm aufhelfen und dann zack. Na, kannst du ja nichts machen, es gibt ja keine andere Optionen, also von daher dachte ich mir, wenn ich in der Lage wäre, werde ich, glaube ich, auch lieber schnell und schmerzlos als, äh, als Pilz-Ragout zu werden im Kopf, ne? Na, naja, gut, folgendes, ähm, ich weiß, wie es euch geht, aber jetzt haben wir jetzt schon zwei ganze Folgen und ein paar Minuten jetzt hier, so 10, 15 Minuten waren es, glaube ich, mit Ellie und Joel verbracht und, ah, ich hätte mal ein bisschen Bock auf ein bisschen Abwechslung, den ich auch. Mhm, ja, gerne. Einfach mal in die Vergangenheit gehen, ins gute alte Jahr 2003, in die wunderschöne Stadt Lincoln, wo alles noch zu sind. In dem Zeitpunkt, als die Welt anfängt unterzugehen und das Militär die Leute in Trucks zusammentreibt und wegfährt, das war noch eine schöne, wer erinnert sich nicht, 2003 war einfach eine tolle Zahl. Ja, ja, und mit dieser, ich will ehrlich sein, nicht ganz so geglückten Einleitung willkommen beim Subplot von Folge 3, ähm, der Plot, der im wahren Zentrum dieser Folge steht, Ellie und Joel kommen nochmal vor, ähm, aber das ist nicht Ellies Folge, das ist nicht Joels Folge, das ist Bills Folge, gespielt von Nick Offerman und Bill ist ein, und Dominik, du kennst dich, äh, da wird besser aus, aber er ist ein Prepper, oder? Ja, er ist ein, äh, ganz salopp formuliert Schwurbler. Also, äh, es wird hier auch, äh, sogar drauf verwiesen, er sagt an einer Stelle, wo die da die Leute zusammentreiben und man dann, also er sitzt ja da in seinem Luftschutzbunker und, äh, dann hört man oben die Leute und er, äh, schickt denen dann da Flüche runter von wegen, verpisst euch mit eurer neuen Weltordnung, ihr Nazi-Schweine oder was auch immer und, naja, äh, neue Weltordnung, NWO, ne? Äh, und es gibt ja noch so ein paar andere Spitzen, die ich sehr, sehr amüsant fand, ehrlich gesagt, äh, machen wir es kurz, Bill ist ein Aluhut. Ja, und wir sehen halt, wie er es geschafft hat, quasi dieses kleine Städtchen Lincoln, äh, über Nacht, kann man fast sagen, äh, zu beherrschen, nämlich er wartet einfach ab, bis die Leute abgezogen sind, kommt raus und dann sehen wir in einer kleinen Montage, wie er dieses kleine Örtchen zu seinem Ort macht, er holt sich ein Boot, er holt sich Nahrung, er, 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 er geht zum E-Werk und was für dich alles macht, so, dass er dann da halt quasi ist und seine eigene Stadt hat, die er auch abgesichert hat und ich dachte mir jetzt, ich hab die jetzt, also heute Nachmittag zum zweiten Mal gesehen, dachte mir so, zum einen diese Montage, ich fand die sehr unterhaltsam, weil, das war eine gut gemachte Montage, aber und dann dachte ich auch, boah, der Typ hat's halt echt drauf, jetzt mal, jetzt mal außen vor gelassen, dass er hier ein Schwurbler und ein Prepper und was ich für einen Typen ist, nehmen wir ihn einfach mal als ein Survivalist, so. Ja, so nennt er sich ja selber, ja, ja. Genau, genau, ähm, ich muss auch sagen, also, er wird ja geschrieben von Nick Offerman und ich finde Nick Offerman, ich hab mich immer gefragt, wie würde Sven aussehen, wenn sich Haare wachsen lässt und jetzt hab ich die Antwort. Wir haben vorgesprochen, ich hab mir spekuliert, ob Sven auch um sein Haus so was gezogen hat, was, äh, die Deutsche Post angeht, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Das geht nicht um die Post, geht um DHL. Okay, DHL, ja. Ein riesen Unterschied. Ja. Ja, äh. Kurze Frage zu dieser, zu dieser ganzen Situation. Ähm, wie habt ihr bei der Erstsichtung der Folge reagiert, als plötzlich da steht 2003 und plötzlich ist da Nick Offerman als, äh, Bill und der ist ein Prepper und, äh, dem gehört plötzlich eine Stadt. Wie, was dachtet ihr, kommt da jetzt auf euch zu? Weil ich weiß noch von mir, ich saß da bei der, bei der Folgensichtung bei meiner ersten und dachte, was soll das denn jetzt sein? Hm, ich muss sagen, also, ich mochte das und dachte, okay, der Typ ist total crazy mit seinem, mit seinem Bunker und mit seinen Kameras, der rüstet sich hier krass auf, ein Mann kämpft noch und dann metzelt er Horden von Infizierten und irgendwelchen Rasslern, die ihm was klauen wollen, nieder. Mhm. Vielleicht noch mit Stirn. Aber er macht sich nur ein Steak. Ja, er macht sich ein Steak, er fällt einen Baum, er geht in den Baumarkt, er hackt Holz und er kocht und isst für sich alleine. Wobei, jetzt mal ohne Witz, also ich meine, wenn du eine ganze Stadt zur Verfügung hättest und hast deinen Starkstromzaun außenrum und Dutzende von asozialen Fallen, dann würde ich doch in der Stadt erstmal kräftig die Sau rauslassen. Ja, aber du hast nicht vergessen, wenn du halt wirklich komplett alleine bist, ich glaube, das geht dir dann irgendwann auch auf die Psyche. Egal, was für ein Einsiedler du auch sein willst oder so, aber ich glaube, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, so komplett alleine und vor allem, ich für meinen Teil hätte auch, egal wie stark der Zaun ist, auch immer Schiss, dass irgendwas passieren könnte. Ja. Hm. Ja, vor allem da ist, da ist ja eine Stelle, also er denkt sich, dass er an einer Stelle, ja, ach, das wird niemals langweilig und dann sieht man, ja, doch nicht so. Ähm, weil dann schlägt ja auch die Einsamkeit immer zu Buche. Äh, ich muss sagen, äh, Nick Offerman, ich hatte jetzt gelesen, dass, äh, es ursprünglich eine andere Besetzung gab, der hat dann aber abgesagt aus Terminproblemen, ich kriege jetzt leider den Namen nicht mehr hintereinander. Conor Neal hieß der gute Mann. Genau, richtig, der auch schon in, ähm, Tschernobyl wohl mit Craig Mason gearbeitet hat. Äh, ich muss sagen, Nick Offerman, äh, großartige Besetzung, also, ähm, man kennt den ja in erster Linie für Comedy, aber, äh, also, ich hab ihn zuletzt auch in der ersten, ernsten Rolle gesehen in, äh, der FX-Serie Devs, äh, die haben wir auch besprochen, da hatte ich ja auch, äh, den Regisseur und Autor Alex Garland so interviewt und, äh, lustig war bei dem, der wusste auch nicht, dass man Nick Offerman in erster Linie mit Comedy assoziiert, weil der kannte den halt eher aus so Independent-Produktionen, wo er auch relativ ernst spielt und ich muss sagen, man kauft ihm das wirklich ab, also, der wirkt nicht wie so ein, wie so ein Comedian, der sich mal denkt, ach, ja, ich versuch mal auf ernst, sondern es funktioniert wirklich richtig gut, also, ich find den großartig in dieser Folge. Hat mich so ein bisschen erinnert an Der Mann aus den Bergen. So hieß das, glaub ich, früher. Doch, mit dem, mit dem, mit dem, der war aber Trapper und nicht Prepper. Nein, ich fand's auch, also. Fass das gleich. Aber, nee, fand ich super gemacht und vor allen Dingen, was mich wirklich auch, gerade so seine, seine Vorbereitung, der wusste, was er tut und das war jetzt alles auch nicht irgendwie, wo du dir gedacht hast, ne, das war so eine ziemlich dumme Aktion, sondern alles Hand und Fuß und, ja, hat sich da schön eingerichtet, also, mir hat es auch, ich war interessiert und begeistert. Der bleibt ja auch wirklich dann so seiner Philosophie treu, ne, also, man merkt ja dann, äh, zum Ende der Folge, dann kommt's ja nochmal richtig durch, dass er auch nicht so der größte Menschenfreund ist, ne. Deswegen glaub ich auch nett, dass der Probleme hat, allein zu sein, weil ich glaub, der war vorher schon allein. Aber er unterschätzt das, wie man dann ja sieht, irgendwo. Ja. Äh, ich muss da sagen, mit diesem Bunker, ich weiß nicht, ist lange her, ich glaub, ich hab den auch nur einmal gesehen, aber ich muss da auch sehr an Tim Robbins Auftritt in Krieg der Welten bei dem denken. Äh, das spielt ja, glaub ich, auch so einen ähnlichen Typen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber der ist ... Also, so jetzt der, der ist B-Berg-Film. Ja, ja. Ja. Ähm, und, äh, ja, also, diese Montage fand ich auch gut. Äh, bei dem Flashback hab ich erst so gedacht, da hatte ich auch wieder so, so, I'm-Legend-Vibes. Äh, Stu, du meintest auch gerade eben, du fandest das ein bisschen holprig? Also, ich fand den Sprung halt irgendwie sehr ungelenk. Von Ellie, von Joel in der seriellen Gegenwart, nenn ich's mal, und dann zurück, 20 Jahre, 2003. Aha. Und das fand ich irgendwie, also, ja, ungelenk. Aber da war doch eine schöne Überleitung mit dem Kleidungsstück. Hm, fand ich nicht so überzeugend. Fand das eher, weil, auch daran, weil ich halt das Gefühl hatte, die Reise von Ellie und Joel, die geht jetzt mal voran. Richtig so, weißt du, das ist jetzt nur, es geht jetzt um die zwei. Ja. Ähm, und dann kommen halt diese Rückblende, und da ist halt dieser Mann, nix gegen den Offerman, Ron Swanson forever, aber, ähm, da war ich erst mal ein bisschen, ja, ratlos, was das soll. Und ich will ehrlich sein, diese Ratlosigkeit, äh, bleibt auch und ist immer nur noch da. Mhm. Ähm, ich kann Nick Offerman nicht absprechen, der das gut spielt, genau wie seinem Spielpartner Murray Bartlett, hat, glaub ich, heißt der gute Mann, da kommt der gleich dazu. Aber ich kann soviel schon mal sagen, ähm, für mich ist das ein großer Klotz von Filmmaterial, der an sich nicht schlecht ist, sogar sehr gut. Mhm. Aber nach dieser Folge Last of Us hatte ich das Gefühl, obwohl sie, glaub ich, die bislang längste ist, oder eine längste war, die es jetzt gab, hab ich nicht das Gefühl, dass mir die Serie gerade irgendwas erzählt hat, was ich nicht schon wüsste. Äh, man muss ja dazu sagen, es hat ja auch wirklich in den Spielen, wie ich das, also, da bin ich zwar noch nicht an dem Punkt, aber, ähm, die, die Grundlage dafür, die wird ja allenfalls angedeutet in den Spielen, ne? Also, sie treffen dann ja, glaub ich, da auf Bill und, und dann wird man... Gleich können wir das, können wir das gleich auffassen, wenn wir dann, äh, bei dem Ende dieses Spielparts sind, weil, ja. Weil jetzt kommt erst mal was, äh, wichtiges, nämlich, ähm, wir haben schon gesagt, oder uns gefragt, wie kann denn der arme Bill so lange alleine sein? Er ist aber nicht alleine. Es kommt nämlich das, was man nicht, was man kennt, nämlich plötzlich taucht auf so ein Loch auf dem Boden ein Mann auf. Wer kennt es nicht? Vier Jahre später, muss man dazu sagen, ne? Vier Jahre später, genau. In 2007, äh, einmal sehen wir auch kurz mal, also, der ist da irgendwie einmal in seinem Bunker und dann geht ein Alarm los, ein Infizierter kommt aufs Gelände und, äh, ja, stirbt sehr, äh, urplötzlich durch eine von Bill's Fallen. Ähm, ich muss noch mal, erst du, äh, noch mal zu dem, was du gerade eben gesagt hattest, äh, ganz ehrlich, ich hätte es besser gefunden, wenn man Joel und Ellie zumindest am Anfang, also, entweder, wenn man das zum Cold Opener gemacht hätte, hatte ich ja vorhin schon gemeint, oder aber, äh, indem man die einfach nur am Ende hätte auftreten lassen und die ganze Folge eigentlich direkt hiermit begonnen hätte. Ja, ich glaube, das wäre erzählerisch, glaub ich, auch besser gewesen, weil du hättest zum einen diesen Spannungseffekt gehabt, was ist mit Ellie und was ist mit Joel? Mhm. Ähm, ja, doch, glaub schon, hätte ich, glaub ich, auch besser gefunden. Was sagst du, Sven? Ich glaub, das war wahrscheinlich so als Kinderüberraschung oder als fieser Gag. Dass sie gesagt haben, so, wir haben jetzt zwei Folgen lang ordentlich Gas gegeben, jetzt, äh, nehmen wir mal alles raus und präsentieren eine schöne Geschichte. Eine Bottle-Episode, wie man so schön sagt, ne? Ja, so, und jetzt kommt's. Message in a Bottle. Frank ist da, nämlich nach vier Jahren Einsamkeit kommt ein Alarm und Bill guckt nach, was ist denn da? Und siehe da, in einem Erdloch findet sich Frank, ein Mann seit mittleren Alters, der erzählt, er kommt aus der Quarantänezone von Baltimore, sie war mal zu 10, jetzt ist er alleine, er ist unbewaffnet und, ja, er schwatzt, wenn man so will, Bill ein Essen ab. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich dachte wirklich so, ich sag mal, die ersten fünf bis zehn Minuten dachte ich wirklich, okay, pass auf, der Typ ist gefährlich. Ja. Da passiert jetzt irgendwas Böses. Mhm. Ja, ich finde auch so zwischendrin, beim Essen guckt er auch mal komisch, wo ich gedacht hab, hm, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob du dem den Rücken, weil der sieht einfach zu harmlos aus und viel zu gutgläubig und, ich weiß nicht, also neben deine Pistole, die dir die ganze Zeit beim Essen ja auch auf dem Tisch liegt, zumindestens am Anfang, hätte ich mir, glaube ich, noch eine Axt oder eine Kettensäge nebendran gelegt. Aber er ist ja nicht infiziert, ne? Scheißegal. Also der holt ja dann eine Leiter und holt ihn da raus irgendwie, aber hält den die ganze Zeit in Schach, testet ihn und will ihn ja eigentlich auch offensichtlich loswerden. Da fand ich sehr schön, dass hier auch mal ein bisschen Humor eingestreut wurde, ne? Also von wegen, wenn ich dich jetzt hier essen lasse, dann spricht sich da was rum und dann wird das hier Selbstbedienungsladen wie Arby's oder sowas, ne? Ja. Da gab es kein Gratis-Essen, das war ein Restaurant. Genau, das fand ich sehr schön an der Stelle, ja. Und jetzt kommt eine Sache, die ich nicht schlecht fand oder finde, wo ich mich aber immer dachte, geht das nicht ein bisschen zu schnell, weil dann sind sie draußen und man hat das Gefühl, okay, Bill ist echt noch so ein bisschen vorsichtig und dann sind sie Schnitt drinne und es gibt Essen, es gibt Dusche, es gibt Wein und dann dachte ich mir so, okay, das verstehe ich jetzt nicht, weil ich hatte es eher so aufgefasst, dass Bill ihm jetzt so zwei von trockenen Zwieback hinwirft, hier hast du viel Spaß, hau ab. Aber nein, er kriegt wirklich feines Essen, es gibt sogar einen richtig guten Wein. Oh ja. Und ich weiß, also ich möchte dieses Wort jetzt nicht sagen, aber man will kein Alternative ein, es wirkte auf mich unrealistisch, um es mal ganz hart zu sagen. Es wirkte auf mich wie Drehbuch. Es wirkte auf mich nicht wie eine Situation, die sich organisch ergibt. Es war mir einfach zu schnell von, geh von meinem Grundstück hin zu, hier, bestes Essen und schönster Wein. Er bringt ihm auch frische Sachen, also lässt ihn da duschen und dann, ach ja, kann ich noch fünf Minuten heißes Wasser haben? Ja, ja, ist okay. Ja, es ist vielleicht ein etwas harter Schnitt. Das ist auch wieder etwas, was wir jetzt schon wirklich in allen drei Folgen irgendwie so sehen. Irgendwie so etwas zu plötzlich so von, also die Szenen, die werden nicht so gut aufgelöst und gehen nicht so gut ineinander über. Ne? Das ist so, also für mich kristallisiert sich das als so eine kleine Kinderkrankheit gerade raus. Ja. Also ich fand den Schnitt jetzt nicht so krass. Ich dachte nur, ja gut, okay, das ist halt dann tatsächlich doch die Einsamkeit, die sein Prepper hat es etwas erweicht, weil er ihm, weil er anscheinend ja wirklich harmlos ist, auch wenn ich ihm nett getraut hätte. Aber ja, dann will er halt auch mal was Gutes tun und will ihn halt auch mal bekochen und will sich auch vielleicht einfach mal ein bisschen unterhalten. Und es fällt ihm ja auch immer sichtlich sehr, sehr schwer, sich zu öffnen, was natürlich in der Situation absolut verständlich ist. Ich meine, das ist jemand Fremdes und du weißt nicht, was für Freaks da außen, außerhalb deines Geländes rumstromern. Ja. Aber es, ja, okay, aber wenn du jetzt nur mal zehn Minuten gemacht hättest, das ist, das ist eine Runde, ich werfe dir den Ball zu und du sagst mir deine Hobbys und dann wirfst du mir den Ball zu und ich sage dir meine Hobbys, das wäre ja auch scheiße. Ja, da gebe ich dir schon recht, aber es wirkte auf mich trotzdem zu plötzlich und dadurch auch ein bisschen hölzern. Ich will auf keinen Fall die Leistung der beiden Darsteller schmälern, die machen das wirklich ganz, ganz toll und es sind auch ein paar wirklich, ich habe es schon erwähnt, ein paar sehr amüsante Momente da, aber genau wie auch ein paar sehr schön emotionale Momente, denn nach dem Essen merkt man schon so, dass Bill schon irgendwie unsicher ist und schon versucht, den so ein bisschen rauszudrängen, aber man merkt auch so, ah, so ganz, ganz so abgeneigt der Idee, dass er länger bleibt, ist er jetzt auch nicht und das merkt, fand ich auch irgendwann Frank und dann kommt diese schöne Szene, wo er das antike Piano entdeckt und dieser, dieser, diese schöne Dialogzeile, weißt du wie viel das heutzutage wert ist und Bill antwortet, ja heutzutage gar nichts. Das war auch sehr gut, ja. Ja, ach, der Humor, der ist echt schön fein eingestreut, wie ich finde, immer und immer wieder, gerade zwischen den beiden dann im Laufe der Folge. Ja, und dann spielen sie ja dieses, ähm, also, Frank ist dann auch echt schon so ein bisschen, so, 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 also ein bisschen dreist, ne, der geht da rüber, kramt da irgendwie so ein Musikheft raus, ach nee, für Elise kein Bock drauf, ah ja, hier, hier ist mein Lieblingslied, setzt sich hin und fängt an zu spielen und zu singen. Das ging dann schon ein bisschen schnell, aber ich muss sagen, äh, ich hatte, also, ja gut, Bill ist so eine Sache für sich, äh, ich muss sagen, Frank schließt man irgendwie schnell ins Herz, hab ich den Eindruck. Wobei ich mich echt wundere, wie konnte der so lange überleben? Ja, also, mit zehn anderen wahrscheinlich, ne, ja. Ja, aber, äh, dann kommt mir auch eine sehr schöne Szene, äh, nämlich, äh, nachdem Frank bewiesen hat, dass er Piano spielen kann, aber das Singen ist nicht so seins, setzt sich ja Bill ans Klavier und ich weiß nicht, welchen Song er da toniert, aber das macht er ganz schön und dann kommt es zu einem Kuss. Ähm, das war dann der Moment, wo ich wusste, okay, Twitter explodiert in drei, zwei, eins. Ja. Und dann küssen sie sich und dann gibt's quasi so einen Schnitt und dann liegen sie halt halbnackt im Bett und dann sagt Frank sowas wie, du, ich bin keine Uhuru, aber ich bleib trotzdem hier wegen dem Essen. Moment, Moment, zwischendurch schickt aber Frank, äh, Bill noch unter die Dusche, ne? Ja, ähm, ja, das stimmt. Und, und den, äh, und da hab ich auch, äh, also, ich weiß nicht, Nick Offerman hat der, hat der irgendwie abgenommen? Ich hatte den Eindruck, der war mal irgendwie bulliger. Oh, äh. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ähm. Ich frag mal kurz unseren, unseren, äh, Outfit-Experten und Gewichtsexperten, äh, Herr Campedelli. Hm. Was sagen Sie zum angeblichen Gewichtsverlust von Nick Offerman? Also, normalerweise hätte er ja noch mehr abnehmen müssen, weil, ja, es gibt ja nicht viel und, ich mein, das, was er zu sich nimmt, ist ja jetzt nicht grad so, egal, ähm, ne, also, ich, äh, ich, ich weiß nicht, wie es aussieht. Moment, Moment, der schweißt da aber wirklich erlesen, also, hast du, hast du, der hat da aufgetischt, da habt ihr euch da nicht auch gefragt, ob der irgendwie in einem früheren Leben oder was auch immer mal Koch war oder so? Oh, manche Talente bleiben einem bis zur Extremsituation verborgen. Ja. Ja. Übrigens, äh, den Song, den sie da spielen, äh, ich glaub, der Name fällt ja auch am Ende der Folge, ist diese Linda Ronsted, hab ich persönlich noch nie gehört. Und, äh, das ist der Song, der, äh, der Folge im Englischen auch den Titel gibt, also Long Long Time, ne? Äh. Kannte ich persönlich nicht, ist, ist der auch aus den 80ern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber es kommt ja später noch ein, ähm, ein Lied, äh, zum Vorschein, das kennen wir alle, das, äh, aber dazu später, ja. Ja, also, es kommt zum, ähm, Sex zwischen den beiden, ähm, ganz romantisch, äh, gut inszeniert, äh, mit Augenzwinkern auch wieder, ne? Genau, genau, aber man, man merkt schon, das könnte vielleicht was sein, was jetzt nicht nur ein, ähm, ein Fick für den Augenblick ist, sondern wirklich was Längeres und, ja, tatsächlich, es gibt einen Zeitsprung, wir sind im Jahr 2010 angekommen, und es gibt Beziehungsstress. Denn Frank wird es schön haben, Bill denkt an Ressourcen. Mhm. Und ich dachte mir dann, okay, ähm, das ist ja interessant, kurze Frage, was ist mit Ellie und Joel? Äh, die haben da noch nicht existiert. Jedenfalls nicht in der Konstellation. Ja. Joel hat da wahrscheinlich gerade Tess getroffen, und, äh, ja. Sven, ist es dir da auch irgendwie, wo du dachtest dann, Leute, es ist zwar alles ganz schön, was ihr hier mir erzählt, aber ich, mich interessiert gerade mehr, wie es mit Ellie und Joel weitergeht, oder fandest du es dann doch spannend, weiter in der Beziehung von Frank und Bill rumzuströmern? Also, ich wollte schnell in den Furniture-Laden gehen, und die müssen sich schick machen, das ist, das ist Gesetz, ja? Das muss so sein. Nein, ich hab, ich hab mir auch gedacht, okay, also, ah, natürlich auch, hier Social Media wird, wird in Flammen aufgehen, und mir war das dann schon klar, dass diese Folge sich nur mit den beiden beschäftigt, und wahrscheinlich die anderen zwei erstmal irgendwie nicht auftauchen, aber es, ich, es hat mich in dem Moment überhaupt nicht gestört, muss ich zugeben, weil ich fand's sehr interessant, wie die beiden sich zusammenraufen und gemeinsam ihr Leben gestalten, und das ist auch wirklich der absolut super guten und auch schönen Schauspielkunst der beiden geartet, nee, geartet nicht, gibt's nicht, ähm, ja, geschuldet, das ist wirklich so, weil es macht Spaß den beiden irgendwie, also den beiden zuzusehen, wie sie ihr Leben gestalten, und dann, ähm, der eine sagt, der eine geht aus Funktional, und der andere will's eher schnuckelisch haben. Ja, und, äh, beide, ich mein, man merkt ja, äh, so werden die ja eigentlich von Anfang an inszeniert, dass die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten, aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, und, äh, ich muss sagen, ich fand diese, diese Überleitung halt von, von, äh, ja, dem ersten intimen Moment, äh, oder, oder halt sehr intimen Moment, äh, zu, ja, Alltag gar nicht schlecht, und ich muss sagen, äh, als dann so das hier kam, äh, dachte ich mir echt so, das ist wirklich Last of Us meets die ersten zehn Minuten von oben, oder? Ja, doch, ist ein guter Vergleich, ja. Na, also, so fühlt sich diese ganze Folge an, eigentlich, also hab ich auch schon oft gelesen, äh, auf Social Media, aber ich hatte, äh, ich hab die Folge ja auch vorab gesehen, deshalb, äh, ist die Assoziation nicht aus dem Internet, sondern von mir, ähm, äh, es ist, es ist wirklich die ersten zehn Minuten, äh, von oben, äh, ja, mal fünf von der Laufzeit her, ähm, hier waren auch wieder, also, äh, Stichwort Twitter brennt, äh, äh, Frank wirft ja Bill irgendwie vor, ja, du erzählst rum, dass 9-11 inszeniert ist und die Regierung aus Nazis besteht und so weiter, also. Und er, wobei, und er dann sagt, ja, das gehört, tun sie ja auch, und ja, jetzt! Ja, ja, also die Regierung vorher, jetzt gibt's ja keine mehr, aber man merkt in der Szene auch sehr schnell, äh, in der Beziehung hat Frank die Hosen an, oder? Ja, also, ich, ich hab, ich kenn mehrere Paare, vor allem ältere, da läuft's genauso ab, ne, also, es wirkt schon so ein bisschen, der eine ist der Jäger, der andere ist der Sammler, ja, ähm, das haben sie auch ganz schön gemacht und ich fand's auch amüsant, weil, wenn's halt nach Bill geht, ist es halt so, in jeder Sekunde kann die nächste Katastrophe passieren, ja, wir sind tot, egal was passiert, wir werden sterben. Und Frank ist so, hey, lass mal Freunde empfangen, warum denn nicht? Lass uns ein Gartenfest feiern, oder was, ja, ja, das ist, ah, diese... Ich glaube aber, dass die beiden sich deswegen auch so gut zusammenpassen, weil sie sich halt gegenseitig gut, ähm, ausgleichen, ne? Ja. Ja, Bill ist ja auch mehr so der gesetzte Typ und Frank ist ja, äh, relativ extrovertiert, ne? Ich mein, äh, hatten wir ja schon, also hier, Klavierszene, ne? Ähm, von Bill ist ja auch halt dann echt bitter, äh, also als dann Frank irgendwie meint, ja, hier, ich, ich will die Läden auf Vordermann bringen und ich will Freundschaften knüpfen hier in der Nachbarschaft, förmlich, also in der Nachbarschaft und erklärt ihn halt Bill darüber auf, naja, es gibt keine Nachbarschaft, wir haben keine Freunde, weil halt keiner da ist, der ein Freund sein könnte, ne? Und dann sagt aber Frank auch, ja, ich hab doch mit einer ganz netten Frau über Funk gesprochen und, äh, ja, wir sehen dann auch relativ schnell, wer da gemeint ist, ne? Ja, denn dann sehen wir bei einem Freundes-Treffen, einem ganz normalen Freundes-Treffen bei Kaffeekuchen und Knarre, äh, Tess und Joel sind zu Gast und, äh, unterhalten sich, wobei Tess sich mit Frank unterhält und Joel und, äh, Bill, wo man schon merkt, okay, die haben auch so eine gewisse, äh, so, Zugehörigkeit zueinander, die beäugnen sich dann eher etwas kritisch, wobei Joel ja auch sagt, ich verstehe dich, warum du so handhabst, ähm, ja, und, ja. Da ist, da ist aber auch wieder Bill, äh, hat die ganze Zeit die Knarre auf, äh, auf, auf, äh, also halt auf dem Tisch und, äh, da siehst du auch, dass Frank eben halt so, ah, von wegen, also nicht, nicht beim Essen, ne? Also, da merkst du halt wieder, äh, der, der ist, äh, der dominante Part, was man ja gar nicht erwarten würde eigentlich so, wenn man die so sieht, ne? Weil, äh, äh, Frank wirkt ja eigentlich eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, sanftmütiger und, und Bill ist halt eher so ein harter Knochen und dann ist es genau umgekehrt, das fand ich auch sehr gut. Es ist aber auch, also, ich wär, glaub ich, genauso ausgeflippt. Also, du kannst so nicht hingehen und kannst deinen Standort verraten und dich mit irgendeiner Tussi unterhalten, du kennst die Leute nicht, ja, die haben ein Haus mit, mit Essen, mit allem drum und dran, das, was sich wahrscheinlich, ah, der Rest der Bevölkerung... Die haben kein Haus, die haben eine Stadt. Die haben eine, verzeihung, eine Stadt, äh, die, 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 die Rest, die, die, die Rest der, 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 der Menschen, die noch irgendwie leben, das, das wollen die alles haben und da kannst du nicht wild, also den kann ich da echt verstehen, äh, da kannst du nicht einfach wildfremde Leute einladen. Du kennst die nicht. Also, also, pass auf, ich gebe absolut recht, das finde ich auch, war, also, das war eine dumme Aktion, aber das Risiko hat sich ja ausgezahlt, denn Joel macht ja relativ klar, pass auf, ähm, ich bin auch vorsichtig, aber wir können es halt ergänzen, denn in der Quarantäne-Zone, da gibt es halt Sachen, die du hier nicht hast, zum Beispiel Medikamente und dann sagt er auch hier, dein Zaun, der ist halt bald durch und dann werden Leute kommen, äh, ähm, und gibt dann noch so, so Tipps, was er machen kann, äh, weil er meinte, die kommen nachts, die sind bewaffnet, es werden viele sein, du musst dich vorbereiten. Dann hört man ja so in einem Nebensatz auch schon so, oder im Off, glaube ich, ist das so ein Gespräch, ähm, dass man dann die Idee entwickelt mit diesen Codes, 80-Songs bedeutet Stress, ne? Genau. Franks Idee, ne, der redet da irgendwie mit Tests, das sieht man im Hintergrund und Joel, äh, verspricht irgendwie, also hier mit dem Zaun, dass er eben irgendwie Aluminiumdraht beschaffen will, ne, der nie durchgeht und, äh, ja, aber, äh, also er warnt dann noch, äh, äh, Bill, ja, die Federer wird nie hier hochkommen, aber Plünderer werden kommen und es werden viele sein, wahrscheinlich nachts, ne? Ja. Also, ja. Ja, und dann, äh, haben wir wieder einen Zeitsprung ins Jahr 2013 und ja, sie haben den Zaun aufgestockt, nicht unbedingt mit Aluminiumdraht, sondern mit Autos. Ja. Schön. Und sie joggen. Und das ist eine, ja, es ist halt eine kleine Szene, wir sehen halt deutlich, dass Frank und Bill älter geworden sind, sie versuchen sich aber mit Jogging, äh, fest, also fit zu halten und dann sehen wir auch eine kleine Überraschung, die Frank und Bill hat, nämlich ein kleines Erdbeerenbeet, äh, er hat wohl eine Knarre gegen Samen getauscht, wenn das Ellie wüsste und die beiden genießen vermutlich seit Jahren mal wieder eine richtige Erdbeere und das ist eine sehr schöne Szene, weil in dieser Szene kommt auch dieses, dieser eine Satz, den ich wirklich schön fand, nämlich, es tut mir leid, dass ich schneller alt werde als du. Mhm. Ja. Ich fand's ein sehr, auch wenn nicht viel gesagt wird, wie sie nebeneinander sitzen und die, die Erdbeere, die Erdbeerenkosten, dachte ich, ach, ich gönn's euch. Ja, ja, wirklich, vor allem, das, das ist ja auch ein Anblick irgendwie, wie die, also ich mein, deren, deren Privatstadt ist zwar jetzt nicht, wer weiß, wie grau in grau, aber diese Erdbeeren, die starren auch visuell richtig raus, ne? Äh, fand ich, äh, doch, war eine, war eine sehr, sehr schöne Szene, auch von beiden sehr gut gespielt und Bill äußert dann da auch diesen Satz von wegen, erst seitdem ich dich kenne, weiß ich, was Angst wirklich ist. Also, da merkst du, dass, dass der nicht mehr ohne den leben kann, dass der halt unbedingt das Bedürfnis hat, den zu beschützen, ne? Also, ich mein, das, das ist ja ganz, äh, häufig, dass, wenn man, wenn man irgendwas besitzt, die größte Angst ist, es zu verlieren und in dem Fall ist es halt ein Mensch. Es ist natürlich der einzige Mensch in seiner Umgebung, aber der bedeutet ihm nun mal viel und du hast auch das Gefühl, dass es wahrscheinlich noch nie jemanden in seinem Leben gab, der ihm wirklich mal was bedeutet hat. auch, auch übrigens wieder Humor drin, ne? Als sie sich da irgendwie küssen, äh, von wegen, ja, äh, nicht, äh, bitte nicht auf den Erdbeeren und so, ne? Also, schön. Ja. Ja, von Erdbeeren kommen wir zu einer regendurchnässten Nacht, ähm, wo man wieder sieht, äh, dass, ja, die Aufgaben schon klar verteilt sind, ähm, nämlich, dass Bill halt so, nennen wir wir mal, der Mann, der Beschützer ist, denn es gibt Eindringlinge, die versuchen, durch den Zaun zu kommen, äh, Bill hat, ich nehme an, dass es Bill war, eine sehr fiese Falle aufgebaut, eine Flammenwerferwand quasi, die Tapula Rasa mit den Eindringlingen macht und, ähm, natürlich wird Frank wach und muss dann feststellen, dass er alleine im, im Schlafzimmer ist und nimmt sich eine Waffe, geht runter und draußen im Regen steht schon Bill mit dem Gewehr und erledigt halt ein paar dieser Angreifern ja nächstes Mal. Wie gesagt, äh, da merkt man schon sehr, dass, ähm, ja, also, das ist so, Bill dann doch in der Hinsicht, glaube ich, immer noch so, ja, der Macker ist, ne? Ja, was macht sie ja an den Schuss. Derjenige, der den Ton angibt. Ja. Ja, ja, immer noch. Ich hatte es auch so verstanden, dass er ihn, also, ich nehme mal an, der ist halt vorher wach geworden und ist halt schnell rausgegangen und ich glaube tatsächlich, dass er auch gar nicht will, dass Frank da mitmacht. Ich glaube, es gibt wirklich, äh, Seiten in Bills Charakter oder Leben oder Fähigkeiten, da will er gar nicht, äh, dass Frank davon weiß. So hab ich's zumindest verstanden. Ja, aber es ist natürlich auch zum Schutz von Frank, ne? Was ich halt schon, schon meinte, dass der, wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass der dem, ich meine, Frank geht, äh, geht ja dann direkt raus mit Waffe, äh, da hätte's vielleicht noch eine kurze Szene geben können, wo der dem vielleicht auch beibringt, mir zu schießen oder so, ne? Hm. Ähm. Ja, wobei, da muss ich sagen, ich glaube, wenn du in so einer Welt lebst, ist sowas, glaube ich, ganz normal. Ja. Ich möchte, ich möchte eine normale Waffe für einen normalen Menschen, sagte schon Ralph Fiennes in Brügge sehen und sterben. Ja, also in so einer Welt, glaube ich, da kannst du so das Erste kennenlernen, okay, und dann beim zweiten Deadspitzen, das ist übrigens die A34, äh, immer über Kimmel und Chor und hier kommt das Magazin rein, fertig. Ja. Ja, passt auf den Rückstoß auf. Ja, aber da hast du auch gemerkt, dass, äh, Frank jetzt auch, also fand ich auch sehr gut, die Szene für Frank, weil da hast du gemerkt, dass der jetzt auch nicht völlig wehrlos ist, ne, dass der, äh, also natürlich ist der irgendwie verängstigt, aber der geht trotzdem raus mit Waffe, also, ne, der, äh, verbarrikadiert sich jetzt da nicht irgendwie oder sowas. Naja, musst du gucken, wo sein, wo sein Billy bleibt. Genau, wo sein Billy bleibt. Der übrigens angeschossen wird. Ja. Ja. Und, äh, als dann Frank Bill, äh, nach drinnen schleppt, sagt er ihm ja auch, also sagt Bill Frank, dass er Vorsorgung getroffen hat. Mhm. Und da fällt auch der Name Tess und Joel, also da erfährt man nochmal, okay, dieses, diese freundschaftliche Beziehung hat sich wohl über die Jahre dann weiter ausgearbeitet. Und, ähm, das fand ich ganz nett gelöst eigentlich, dass wir jetzt somit erfahren, okay, das war jetzt kein einmaliger Besuch und vermutlich ist es sogar so, dass man nicht nur Geschäftspartner ist, sondern vielleicht auch wirklich Freunde ist, sondern vielleicht auch wirklich Freunde, zumindest aus der Sicht von, ähm, Frank und Tess. Ich glaube, Joel und Bill sehen das anders. Ja, da hat doch, ähm, das, das konnte man schon daran sehen, äh, in der Szene mit, mit Joel und Ellie, wo, äh, sie nach Bill und Frank fragt, äh, sind die nett? Und dann sagt, äh, 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 Joel zu ihr nur so, ja, Frank ist zumindest nett, ne? Ja. Also, mit Bill hat er sich wohl nie so richtig verstanden, aber sie haben trotzdem, es ist halt eine Geschäftsbeziehung irgendwo. Äh, ich mein, die haben ja auch schon von denen profitiert, also Medikamente, alles mögliche, ne? Also, werden wir da gleich noch sehen. Ähm, und, äh, Bill offenbart ja dann irgendwie, während er da blutend auf dem Tisch liegt und dann auch das Bewusstsein verliert, äh, dass er, dass er vorgesorgt hat, ne? Dass er irgendwie Kopien, äh, von allen Schlüsseln gemacht hat und dass, ähm, dass Frank für ihn doch bitte Joel anfunken soll, ne? Äh, und, äh, ja. Aber, ja. Diese Nacht überlebt er, denn wir springen ins Jahr 2023, also in die Gegenwart von The Last of Us. Zehn Jahre. Zehn Jahre tatsächlich, äh, es wundert mich, dass, also, ich nehme mal an, dass es vielleicht der größte Angriff war, also, ich frage mich nämlich schon, wie viele Leute haben versucht, in diese, diese Stadt reinzukommen? Ja, einige. Also, es hätte mir, glaube ich, ausgereicht, wenn sie gesagt hätten, weißt du noch damals, 2018, das und das, das hätte mir ausgereicht, aber so hatte ich das Gefühl, dass dieser eine Angriff, den wir gesehen haben, der einzige, wo ich große war und das kann ich mir nicht vorstellen. Wie siehst du das, Sven? Nee, vor allen Dingen, ich, also, da müssen die ja auch welche überlebt haben, ja? Die sind ja bestimmt zurück zum Lager, haben gesagt, ey, wenn die das so verteidigen, dann muss irgendwas drin sein, was für uns von unschätzbarem Wert ist. Das, Frank. Erdbeeren. Erdbeeren und Fruit Loops. Erdbeeren und Fruit Loops. Silly Millis. Ja, und auch, das ist, was ich halt auch komisch fand, also, ich kann's verstehen, dass er, er zieht ihn rein auf den Tisch und außenrum ist noch Action und die Leute fassen an den Zaun oder gehen in Flammen auf, aber da kümmert er sich gar nicht. Ich meine, klar, natürlich muss er sich um ihn kümmern, aber irgendwann, wenn sie ja wohl war, was gefunden haben, wo sie vielleicht dann doch durch können, also, hätte ich eher gedacht, naja, geh raus, baller den Rest weg und dann kümmere dich um ihn. Auf der anderen Seite musst du bedenken, hat diese Anlage aber wahrscheinlich, ich meine, über die ganzen Jahre hat das Ding wahrscheinlich auch einen gewissen Ruf bekommen, wenn du mal, ich meine, du hast ja schon gehört, die Fedra, die traut sich, oder was heißt, die traut sich, die geht auf jeden Fall nicht da hoch. Und ich meine, also, Bill, naja, statuiert hier jedes Mal auch ein Exempel damit, ne, und was die da für Abwehrmechanismen haben, das ist ja schon krass, also, sowas schüchtert natürlich auch irgendwann ein und du musst bedenken, vielleicht haben die sich dann auch einfach andere Ziele irgendwann gesucht. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, das kannst du auch irgendwie auskundschaften. Ja, ja, stimmt. Wenn die das, wie gesagt, also, ich glaube halt wirklich, wenn die das halt so bewachen oder dass so eine Verteidigungsanlage außenrum ist, dann muss da ja was. Und nochmal, wir reden hier auch von der Stadt, von der Kleinstadt, nicht von einem Haus oder von einer Halle, sondern wirklich von der Stadt. Da gibt es rein theoretisch hunderte Möglichkeiten, von der Kanalisation hin zu irgendwelchen Schleichfahrten, man könnte einen Tunnel von mir aus auch bauen, wenn du da wirklich rein willst, kommst du da. Aber das ist jetzt auch ein bisschen die Meckern auf hohem Niveau, wenn man ehrlich ist, irgendwie sollten Frank und Bill ja auch stolz sein, dass sie es all die Jahre geschafft haben, diese Stadt zu halten. Wir sind jetzt Jahre 2023 und ja, das Alter hat zugeschlagen. Frank sitzt im Rollstuhl, hat deutliche Probleme mit allerlei Zipperlein, während Bill noch einigermaßen fit und mobil ist, wobei auch er sehr deutlich humpelt. Hier sei gesagt, das Altersmake-up hat mir nicht ganz so zugesagt. Wie hat es euch gefallen? Och, ich fand es, also bei Frank war es ja eher so ein bisschen, ich fand, der sah jetzt irgendwie aus wie Steven Ock, aus irgendeinem Grund. Und Bill, ach ja, also nö, ich fand schon, also für Nick Offerman, also es hat schon funktioniert, ich habe es denen schon abgekauft. Ja, Frank ist wirklich ein bisschen schlechter geschminkt als Bill. Das stimmt schon, aber mich hat es jetzt auch nicht so arg gestört, muss ich sagen. Also ich habe noch gedacht, naja, es hätte da ein klein bisschen, aber dann war auch schon wieder gut. Was ich mich eher gefragt habe, wo die den Rollstuhl her hatten, also hat Bill den vielleicht irgendwie gebaut oder was? Oder hat, ich nehme an Joel. Ja, da kannst du halt wieder sagen, es ist eine ganze Stadt, kann natürlich sein, dass da irgendwo ein Haus war, wo halt ein Rollstuhl stand oder so, oder Dinge gebracht oder so. Ja, 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 auch die Medikamente, ne, ja. Da sind halt ganz viele Sachen, da sollte man, glaube ich, nicht so nachbohren, sonst kommen da wirklich mehr Fragen als Antworten. Ich muss sagen, ich habe mit dieser Folge meine Probleme, aber das Ende von diesem Subplot ist halt emotional schon wirklich gut gemacht. Ja. So geheim ist diese Waffe nicht, denn wir alle wissen, die Weisheit einer jeden guten emotionalen Serie sollen die Leute Emotionen kaufen, lass ganz einfach Max Richter laufen. Oh ja. Und ja, Dominik, kannst du uns kurz erklären, was sehen wir dann, was erleben wir dann? Ja, wir erleben, wie halt, naja, Frank eben Bill darum bittet, ihm noch einen letzten schönen Tag zu bereiten, also, dass er ihn irgendwie zur Boutique schicken, schieben soll, dass sie sich da irgendwie schöne Anzüge aussuchen, dass sie heiraten. Dann muss man ja auch bedenken, dass 2003, in dem die existiert haben, da können ja Gleichgeschichtliche eh niemals wirklich legitimiert worden sein vom Gesetz, ne, muss man auch mit einbeziehen. Ähm, also, auch wenn es jetzt 2023 ist, ne, das ist ja ein anderes 2023, als wir jetzt haben. Dezent. Genau, und dann soll es auf jeden Fall wieder ein Abendessen geben und dabei verlangt Frank, dass Bill seine Pillen zerstampfen soll oder auf jeden Fall wahrscheinlich Schlaftabletten, die in den Wein mischen und ihm da reichen soll und dann anschließend soll der den in sein Bett bringen und der will halt in seinen Armen einschlafen. Ähm, äh, und, äh, und zitiert dann auch mal, äh, das oder sagt dann das, was als Titel, äh, zumindest in Deutschland hier für die Folge herhalten durfte, liebe mich so, wie ich es will. Na, also, weil Bill ist erst da so ein bisschen widerwillig, aber lässt sich dann da doch irgendwie zu, ja, verleiten. Und, ja, dann hören wir Max Richters, äh, On the Nature of Daylight. Äh, also, ich glaube, das lässt keinen so richtig kalt, ne. Ich weiß nicht, Stu, du bist ja, du bist ja nicht so ein Filmmusik-Konnoisseur, Gruß an Lasse. Äh, aber das Stück, das, äh, bleibt im Gedächtnis, oder? Weil das hat man jetzt wirklich schon einige Male, ob in Filmen oder Serien, gehört. Ja, ich muss auch sagen, als es jetzt, äh, lief, dachte ich mir so, äh, sie bringen Max Richter. Aber nach noch zehn Sekunden ist halt klar, aber es funktioniert halt auch, ne. Es ist, ja, es ist, also, also... Es ist halt nicht, es ist nicht kreativ, Mario und Ketchup oder Pommes zu tun, aber schmeckt halt gut. So ähnlich ist es auch mit Max Richter und emotionalen Szenen. Es passt halt einfach, ne. Ja, ich mein, der Mann hat die Musik zu The Leftovers gemacht, die eigentlich nur aus so was besteht. Und, äh, ist ja, ist ja schön, dass er auch mal jetzt irgendwie ein bisschen mehr Beachtung bekommt. Und, äh, ja, also, wer, wer sich jetzt unter dem Song nichts vorstellen kann, soll sich mal die finalen Szenen aus, äh, Shutter Island und, äh, Arrival ins Gedächtnis rufen. Äh, na, die Musik von Arrival ist ja eigentlich von Johann Johannsson, aber dieses Stück ist von Max Richter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich hab die Folge ja zweimal gesehen und beim zweiten Mal jetzt alleine und ich hab nebenbei auch Notizen gemacht. Und ich sag es jetzt hier wirklich ganz deutlich, ich bin niemand, der nah am Wasser gebaut ist, aber aus irgendeinem Grund hab ich vorhin wirklich Rotz und Wasser geheult dabei. Gut, dann fragen wir mal jemanden, der nah am Wasser gebaut ist, nämlich unseren, ja, ich möchte sagen, emotionalen, hansen, harten Sven. Sven, was sagst du zu dieser Szene? Ich mag Pommes rot-weiß. Ähm, nee, es hat, es war, es war schön. Ich kenne, ich hätte nicht den Interpreten gewusst oder den Komponisten, Verzeihung. Ähm. Also wirklich. Äh, fahrt mal ab. Und, ähm, ja, also ich, ich fand's schön gemacht, es war stimmig, es war, es hat einfach alles schön gepasst. Und ich hab nicht geweint, aber ich hatte ein Kloß im Hals. Es waren auch wirklich, äh, schöne Details auch in der, in der Szene. Also, wir sehen ja deine Montage, also wie der den dann im Rollstuhl durch die Gegend karrt, äh, wie sie beide heiraten tatsächlich, wobei ich mich frage, wo haben sie Ringe aufgetrieben? Ähm. Das ist eine Stadt. Und, äh. Wie bitte? Es ist eine Stadt. Eine kleine Stadt. Ja, aber die ist halt irgendwann auch mal ausgeplündert. Also, ich hab nicht gesehen, dass er sich behangen hat wie Snoop Dogg oder wie Fifties. Oder, oder wie, äh, wie, äh, hier Johnny Depp da am Ende mit dem, mit dem Azteken. Ähm, ja, äh, nee, also, war eine schöne Szene. Also, auch hier mit dem, mit dem Abendessen, äh, Bill trägt wirklich genau das gleiche Essen in, äh, ja gut, ich mein, die haben wahrscheinlich immer dieselben Teller benutzt, aber, äh, genau das gleiche Essen wie am ersten Tag und auch, äh, Wein. Also, da schließt sich auch der Kreis, verstoßen sie dann ja auch an. Und, äh, dann kommt Bill mit einer weiteren Flasche und zwei weiteren Gläsern und, äh, schüttet, äh, in den Wein diese, äh, zerstampften Pillen und mischt sie rein. Und Frank trinkt den Wein dann, Wein dann aus. Und Bill auch. Und, äh. Das ist ja schon eine Überraschung, denn eigentlich war ja angedacht, dass sich nur Frank, äh, suizidiert. Genau, richtig. Aber Bill macht es halt eben auch und dann sagt Frank diesen schönen Satz, Also, eigentlich ist es scheiße, aber objektiv betrachtet, es ist unglaublich romantisch. Ja. Ja, also, äh, in der, also, in der Flasche selber war, glaub ich, schon Wein, ne? Also, Bill hat es nur irgendwie erst so, erst so getan, als ob er das so macht, wie, wie, äh, Frank das verlangt hat. Und dann peilt er aber, ja, in der Flasche an sich war schon Wein und wir haben ja so oder so schon beide rausgetrunken. Und dann sagt er auch, glaub ich, Bill eben, es könnte den Elefanten töten oder sowas. Ja. Und, äh. In dieser Szene, äh, können wir emotional so ein bisschen wieder, puh, entspannen. Mhm. Äh, denn jetzt lernen wir zwei neue Figuren kennen. Die eine heißt Ellie und der Mann heißt Joe oder Joel. Joel, glaub ich. Joel, genau. Nein, Quatsch, jetzt sind wir in der Gegenwart, ja, wir sind in der Gegenwart und Ellie und Joel sind endlich in Lincoln angekommen und zumindest Joel erkennt relativ schnell, irgendwas stimmt nicht. Zum Beispiel sehen wir verwelkte Blumen und wir haben jetzt Frank kennengelernt und wir wissen, glaub ich, dass Frank so verwelkte Blumen niemals einmal so weiter stehen lassen. Auf keinen Fall. Ja, und während halt Joel sich Sorgen macht, ist Ellie sehr baff, was sie da alles sieht. Ja, und dann betreten sie das Haus und sie erkennen auch dann, erkennt Ellie recht schnell, irgendwas stimmte nicht, denn wir haben ein schwimmiges Essen. Mhm. Und während Joel sich auf Suche nach Frank und Bill macht, findet Ellie den Abschiedsbrief. Und den liest sie vor und der Brief sagt relativ einfach, ja, pass auf, Schlafzimmer ist tabu, keine Angst, Fenster ist offen wegen Gestank, aber ansonsten nimm, was du willst. Und Bill hinterlässt einen sehr schönen Brief, der, ich glaube, Joel in doppelter Hinsicht trifft. Und zum einen schreibt er, dass Frank, oder überall gibt es zumindest ein Minimum einen Menschen, der es wert ist, gerettet und beschützt zu werden, ja, Schicksal, ihr hört ihr trapsen. Und dann sagt er auch so was in diesem Brief zu Joel, dass er doch bitte Tess beschützen soll. Und dann geht Joel erstmal raus und, korrigiert mich, aber wir gehen mit ihm raus, ne? Ja, wir gehen mit ihm raus. Und das fand ich schade. Ich hätte es wirklich, glaube ich, stärker gefunden, wenn wir bei Ellie geblieben sind, weil wir, glaube ich, genau gewusst hätten, was dann draußen mit Joel ist. Oder wir hätten es zumindest vorstellen können, was ist. Weil, weil ich glaube, das hat den lieben Joel nochmal so richtig fies getroffen. Oh ja. Dieser Brief. Ja. Ja, ja, ja. Das ist halt alles auch noch sehr frisch mit Tess. Ähm, und, äh, ich mein, äh, Bill und, also, in erster Linie, Bill kann ja, kann ja nichts von ihrem Tod gewusst haben oder sonst was. Mhm. Ähm, und er, also, der, der Brief, der ist ja auch adressiert an irgendwen, aber wahrscheinlich Joel, ne? Äh, der hat sich, das, das ist ja auch wieder ganz nett gewesen in dem Brief von wegen, ja, wenn du das hier liest und Joel bist, ja, äh, dann heißt das, ist, dass du nicht in einem meiner 10.000 Pfeilen, äh, getappt bist. ha, 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 ne? Joel hat er auch nicht so wirklich als Freund angesehen und ja, er ist generell nicht so der Menschenfreund, aber für seinen Liebsten hat er alles gegeben. Und hat dann zumindest auch irgendwie im Hinblick auf Joel und Tess dann doch irgendwie ein bisschen Feingefühl bewiesen. Fand ich eine sehr, sehr tolle Szene, aber du hast schon recht, die hätte noch stärker sein können. Da stimmt schon. Ich finde es eigentlich immer besser, also mir hat es gut gefallen, weil es auch unausgesprochene Sachen gab, die einfach nur angedeutet wurden, wo du dir hast den Rest auch denken können und hat mir dann mit der Überleitung auch Richtung Richtung Schlafzimmer auch super gefallen, weil sich die Szene, die dann am Schlafzimmer passiert, sehr schön war, auch wenn es nur diese kurze Sequenz ist. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich eh noch zu. Oder willst du schon direkt drauf? Wenn du schon dabei bist, geht direkt drauf. An direkt drauf gehen sie nämlich eben nicht, sondern man sieht praktisch das Schlafzimmer, aber du siehst keine Leichen, du siehst nur den Blick quasi der beiden aus dem Fenster und da gibt es dann diesen Kameraschwenk. Und das fand ich sehr, das fand ich sehr schön, dass sie sie nett gezeigt haben, sondern einfach gesagt haben, behaltet sie so in Erinnerung, wie ihr sie gesehen habt. Und es hat mich schon emotional berührt, das gebe ich auch gerne zu. Ich fand es wirklich schön, auch mit der leisen Musikuntermalung und ja, dann ja. Wollen wir jetzt zu den letzten fünf Minuten dieser Folge kommen, würde ich gerne noch darüber reden, wie es im Spiel nämlich ist. Im Spiel ist es nämlich wirklich sehr, sehr anders. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie hier, glaube ich, die bislang größte Veränderung vorgenommen haben, ausgenommen von diesen Sporen. Wir lernen nämlich im Spiel auch Bill kennen, der wirklich ein Unsympath ist. Netter Unsympath, aber wirklich unsympathisch. Und mit dem kämpft man sich halt eben durch Lincoln. Das ist eine Stadt, die im Spiel größer wirkt. Also da hat Bill auch nur so vereinzelte Hotspots, nenne ich es mal, die er zu seinen Safety Places gemacht hat. Und auf der Flucht vor Infizierten kommen wir dann zu einem dieser Hotspots, wo er halt eben sagt, ja, da wohnt Frank. Und Frank hat sich aber im Spiel halt das Leben selbst genommen. Das heißt, er hat sich aufgehangen. Und wir finden als Spieler auch nur einen Brief. Und ob wir den lesen, bleibt uns überlassen. Und in diesem Brief wird relativ deutlich, dass es Frank einfach nicht mehr ausgehalten hat. Nicht nur, weil er vielleicht mit Bill nicht mehr so richtig zurechtkommen konnte, sondern einfach, weil ihm das Leben angekotzt hat. Und Bill im Spiel reagiert wie so ein harter Hund drauf. Aber auch da merkt man, das wurmt ihn. Das tut ihm weh innerlich. Aber er hat gelernt, diese Gefühle einfach nicht zuzulassen. Deswegen ist es in den Spielen etwas anders gelöst. In den Spielen ist diese ganze Frank-und-Bill-Geschichte wirklich, ja, eine marginale Randerscheinung. Ja. Ohne es jetzt schlecht reden zu wollen. Weder das Spiel noch die Serie. Aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ja, ich hatte gelesen, dass auf jeden Fall, also es ist zumindest die Rede davon, dass Frank Bills Partner ist. Oder dass er von seinem Partner redet. Das deutet das ja zumindest an. Also ich, da ist schon, glaube ich, eine Grundlage in den Spielen, die aber nur sehr dezent angedeutet wird. Was sie hier dann jetzt draus gemacht haben, ja, können wir vielleicht dann zum Ende nochmal so ein Fazit ziehen. Bevor wir zu unserem Fazit kommen, haben wir noch ein bisschen was übrig gelassen mit Ellie und Joel in der Gegenwart 2023. Es kommt, zum einen bekommt Ellie endlich ihre Waffe. Sie findet eine, nachdem ihr Joel auch bei Bills Waffenlager eine klare Abfuhr erteilt. Findet sie dann im Schrank von Frank eine kleine Puste und steckt die dann ein. Die beiden duschen, die beiden kriegen eine Batterie, also die muss halt aufladen und das nutzen sie halt, um noch ein paar Sachen einzusammeln. Und dann gibt es eine Rede von Joel an Ellie, die in den Spielen wesentlich früher kommt, wo ihr nämlich sagt, pass auf Mädchen, wir machen das jetzt, aber was ich sage ist Gesetz. Du erzählst und zeigst niemandem deine Wunde, weil es wird niemanden rauszugeben, der sagen wird, so, guck hier, cool, klar, glaube ich, sondern die werden nicht alle abknallen oder sonst was mit dir anfangen. Ja. Und du musst mir vertrauen. Und, ja, und Regel Nummer eins, kein Wort über Tess. Genau. Das will er nicht hören. Da kann ich jetzt auch hier nochmal einhaken, denn ich habe gelesen, dass für die Serie ursprünglich wohl sogar noch geplant war, Tess eine Backstory zu geben. Und zwar hätten wir gesehen, also wahrscheinlich dann auch in so einem Flashback oder so, vielleicht wäre das hier der Cold Opener gewesen oder so für eine andere Folge, dass sie wohl irgendwie eine infizierte Familie hatte, dass sie wohl irgendwie die schwere Entscheidung treffen musste, ihren Mann und auch eines ihrer Kinder zu töten. Und dass sie sich dann aber bei ihrem Sohn dagegen entschieden hat und den irgendwie eingesperrt hat. Und der hat sich dann aber wohl irgendwann in einen Klicker verwandelt und sowas. Hättet ihr das gern gesehen oder wäre das euch too much gewesen? Das erinnert mich sehr an den Governor von Walking Dead. Hat er das mit seiner Tochter gemacht? Ja, der hat seine Tochter irgendwie dann auch im Leben gelassen, irgendwie eingesperrt und festgeknebelt oder irgendwie sowas war da doch. Ja, ich glaube tatsächlich, das wäre ein schönes Cold Open gewesen, auch eine schöne Geschichte. Ich glaube aber, es wäre nicht notwendig gewesen. Ich glaube, dass man jetzt in den ersten zwei Folgen schon oft genug gesehen hat, was für eine fiese, gemeine, pessimistische, böse Welt das ist. Und ich glaube, dass Tess so ist, wie sie ist, das braucht keine Erklärung. Das kann man, da kann man, glaube ich, eins zu eins zusammenrechnen, dass sie sich einfach ihrer Welt angenommen hat und angepasst hat. Von daher glaube ich, sie haben diese Szene nicht gedreht. Es wäre eine schöne Szene geworden, definitiv. Aber sie wäre nicht notwendig gewesen. So ein bisschen eigentlich dann wieder so ein Bottle-Episode-Effekt, wie jetzt bei dieser ganzen Folge. Hattest du jetzt eigentlich schon... Und vor allem muss man auch mal sagen, komm, wir geben einer Figur, die eh nur zwei Folgen dabei ist, eine Background-Story ausgefeilte, ist dann auch, weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, Perlen vor die Säue. Aber, wie gesagt, ich halte es nicht für notwendig. Also, sie haben mit Ellie und Joel zwei sehr interessante Charaktere, deren Reise im Fokus stehen sollte. Und, ja. Dazu, zu der Reise noch, hast du eigentlich gesagt, wo sie hinwollen? Also, Joel sucht ja immer noch nach Tommy. Genau, sie kommt nach Wyoming. Genau, nach Wyoming. Und wir erfahren jetzt auch, dass Tommy, also, ich meine, das hatten wir noch nicht gehört, Tommy war zumindest mal ein Firefly, also auch Teil dieser Rebellionsgruppe um Marlene, die wir in der ersten Folge zu Gesicht bekamen. Und da, also, Joel will jetzt auf jeden Fall nach Wyoming. Und, äh, da wollen sie dann Tommy finden und der, äh, und der könnte ja irgendwie Kontakt zu den Fireflies, äh, äh, knüpfen. Und die sollen sie dann irgendwie zu diesem Labor bringen, also Ellie jetzt, ne? Das ist, das ist so der Plan. Und, ähm, was wir, was wir auch noch sehen, äh, äh, weil wir hatten ja schon hier diese, ähm, ja, hier diese, diese Warnsignale über Musik erwähnt, äh, das deaktivieren sie dann irgendwie auch, ne? Ne, da, da läuft, glaub ich, so eine Musik-Playlist und, äh, äh, da meint dann, ähm, wenn, wenn das irgendwie, also, da läuft irgendwie ein Countdown oder was? Das hat ja, äh, äh, Bill alles in seinem Luftschutzbunker da, ähm, äh, installiert. Und, äh, Joe meint dann, ja, wenn der nicht neu gestartet wird, dann läuft automatisch diese 80er-Playlist über Funk, ne? Und, äh, das deaktivieren sie dann, glaub ich, Ellie, äh, ja, nimmt sich nicht nur eine Waffe, sondern auch Dosen und Klopapier. Ja, mit, ähm. Sie hat die Nudel vergessen. Genau, genau, ja, ja, ach ja, Lockdown ist ja nicht mehr. Ähm, und, äh, äh, ja, also zumindest Joel duscht, weil sie tatsächlich mal sowas wie heißes Wasser haben. Und, äh, ja, äh, Deo gibt's auch noch. Also, also, das war echt so ein bisschen Deo in dieser Welt. Ja, gut. Folge fing ja quasi damit an, dass Ellie das erste Mal im Wald ist und jetzt endet die Folge mit ihrer ersten Autofahrt. Ja. Sehr schön. Wie ein Raumschiff. Dann wird sich noch angeschnallt, dann wird noch Musik gehört, nämlich die Musik, äh, von dieser Linda Ronsted, die es auf Kassette gibt. Und, äh, damit ist die Folge vorbei. Übrigens, äh, noch eine kleine Anmerkung, Linda Ronsted, äh, diese Krankheit, äh, die Frank hat in der Serie, also, es wird ja nie wirklich gesagt, was das ist, äh, aber die ist wohl tatsächlich angelehnt an die, also, die, äh, Linda Ronsted hat wohl an was Ähnlichem gelitten, wohl, wie es scheint. Also, das ist da wohl auch direkt draus entliehen. Und deswegen auch alles in Verbindung mit diesem Song Long Long Time, ne? Okay. Und den hören wir zum Schluss nochmal. Ja. Und wir hatten jetzt hier auch eine Long Long Time. Mhm. Zur Long Long Time-Folge. Ja. Bislang. Längsten Folge, ja. Ihr kennt es, jetzt kommt wieder das obligatorische Wie fand man diese Folge? Ihr könnt wieder wählen zwischen Dosenchampignon, Steinpilz oder Trüffel und danach gerne etwas ausführlicher noch, äh, drauf eingehen, was euch gefallen hat. Und was euch nicht gefallen hat. Dominik, mach du mal den Anfang. Ach Gott, warum ich denn? Weil ich dich hasse. Ja, jetzt ist es raus. Ja, ja. Töte ihn. So. Ähm. Sven, bist du noch da? Ja. Oder bist du gestorben? Nö, 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 nö. Ich bin noch da. Ja gut, äh, sag Bescheid, wenn du dich verwandelnst, dann bringe ich mich in Sicherheit und lass du zurück. So. Ähm. Ich muss sagen, also, ich hab die Folge zweimal gesehen. Äh, sie hat mir auch beides mal sehr gut gefallen. Emotional hat es bei mir richtig reingehauen beim zweiten Mal. Ähm. So, jetzt im Gespräch sind mir schon einige Schwächen aufgefallen. Ähm. Aber ich muss sagen, ungeachtet, dass es manchmal vor allem auch der Anfang ein bisschen holprig ist und ich das so in der Form zumindest nicht gebraucht hätte, ist das für mich die bislang stärkste Folge. Also, das ist zwar streitbar, ob man das jetzt gebraucht hätte, aber für sich genommen ist das wirklich schön. Also, ich habe mich erinnert gefühlt an den Prolog von sowas wie Oben. Und, äh, es ist, äh, es ist sehr feinfühlig, sehr, sehr, äh, schön und auch ohne viele Worte und sogar mit einer, immer einem Schuss Humor erzählt, fand ich sehr toll. Und, äh, ich finde es auch eine tolle Ansage, dass die Serie hier so selbstbewusst agiert, vor allem auch was, äh, Darstellung gleichgeschlechtlicher Beziehungen angeht. Und das Schöne ist, dass das gar nicht mal so im Vordergrund steht. Und es erreicht einen auch emotional, weil, ja, weiß ich nicht, wie, wie Paare und Beziehungen halt funktionieren. Da ist es auch egal, ob das hier zwei Männer sind. Und ganz ehrlich, ich feier die Reaktion, äh, auf Twitter, äh, die ich wahrscheinlich heute Abend noch mit Hochgenuss lesen werde. Und, äh, auf unserer Skala, ich, ich wollte erst, ich hatte es mir sogar zurechtgelegt, Stu, ich wollte erst sagen, Trüffelpizza. Ähm, aber, ja. Ja, es ist, es ist Steinpilz mit viel Trüffel, aber doch ein bisschen mehlig im Nachgeschmack. Okay, viel Dank. Mic Drop. Sven, deine Meinung, bitte. Okay, war die Folge unnötig? Ja. Hat die Folge zum weiteren Verlauf eigentlich nicht wirklich viel beigesteuert? Ja. War die Folge schön? Ja, war sie. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich war natürlich auch überrascht. Und dachte, okay, äh, schauen wir mal, was uns da so geboten wird. Aber es ist halt, die beiden machen das so gut. Das kann man eigentlich gar nicht oft genug betonen. Wie schön die beiden zusammen agieren. Ja. Schauspielerisch absolut wirklich oberste Klasse. Das war überzeugend. Das war emotional. Das war einfach auch eine tolle Folge, die auch ein bisschen, die auch ein bisschen Tempo mit, also ordentlich Tempo mit rausgenommen hat. Und ich, mir hat sie sehr gut gefallen. Und ja, jetzt mit, ja, ich würde sagen, bei mir ist es auch Steinpilzsuppe mit etwas, ja, mit ein bisschen mehr Trüffelspänen als bei der letzten Folge. Okay. Jetzt machst du schon Suppe daraus. Wo soll das hier bloß enden? Ja, du, du hast es auf Pizza gemacht. Was ist denn das? Ja. Also, bei mir ist es ein wirklich gut gekochtes Steinpilz-Ragout mit Trüffelöl. Ich sehe das, wie Sven diese Folge ist, wenn man so runterbricht, eigentlich komplett unnötig. Wirklich komplett unnötig. Aber sie trifft die emotionalen Beats sehr, sehr gut. Sie ist gut gespielt. Die ist, wie die gesamte Serie bislang auch inszenatorisch echt gut gemacht. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, da habt ihr vielleicht, oder hättet ihr noch ein bisschen mehr was draus machen können. Nichtsdestotrotz eine schöne Folge. Ja, die bislang beste Folge der Serie. Ich bin freudig gespannt auf die nächsten Folgen, denn mein großer Kritikpunkt ist halt, dass ich finde, dass Ellie und Joel halt vergessen wurden hier. Also, die spielen hier halt wirklich fast überhaupt gar keine Rolle. Und hoffe jetzt sehr, dass in den nächsten Folgen Ellie und Joel halt, dass ihre Reise weitergeht. Und das ist für mich immer noch das Interessanteste an der Serie. Damit sind wir durch. Auch diese Folge hat uns wieder gefallen. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr unsere Webseite in diesem Internet. Da findet ihr alles außer Pilzrezepte. Kommt vielleicht noch. Wir arbeiten dran. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast oder jetzt irgendwas von uns, Hauptsache uns, bei Spotify oder Apple Podcasts oder wie diese ganzen Podcatcher-Plattformen auch heißen, positiv bewertet mit fünf oder zehn Sternen. Und je nachdem, weil wir es verdient haben, weil wir einfach cool sind, sogar mit Sven. Und möchte mich hier schon mal entschuldigen bei den Firmen, die Fruit Loops und Cine Minis herstellen. Ihr macht das super. Wir würden ein Sponsoring nicht ablehnen. Eine Firma. All ist das Nestle fertig. Ansonsten hören wir uns nächste Woche zur vierten Folge und ich sage auf Wiedersehen und dann sagt der Sven Tschüss und dann der Dominik. Tschüss. Tschüss. Long, long time on the nature of daylight. 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 Long time on the nature of daylight.